Untertitelung des ZDF Aber in Führung sind Loheiler vor, Sebastian Becker, Jenny und Patricia Grosser, dann Celina Watt, die Amazone von Bahnsteiger und die Jenny Schlauch und die hat auch die Führung mit dem Loheiler immer noch hinterliegen, Jenny Jan Becker und Tim Loheiler gleich im letzten Runde und dann noch die Attacken der korrekten Kitzemeisterin Jenny Grosser. Sie wird hier eingefangen von Severin Gemblich-Hörde. Der Kampf um die Kanzel wieder zum Schlauch und der Abführenden. Drei Kinderzielkohle, dann auch Platz zwei Jenny Grosser, Severin Gemblich-Hörden. Drei Kindergäste Drei Kindergäste Vielen Dank.